Und wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Well, macht Sinn. Oh, you bitch. Kann ich da zumachen? No. Dann haben die extra gemacht. Dann haben die absolut extra gemacht. Wieso höre ich die Musik? Und wieso höre ich scheiß Stimmen? Was war das? Ich sehe dieses... Ding. Ding. Fuck. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es nur schildern. Ich... Selbst wenn es... Es ist nur, um es aus meiner Peripherie rauszukommen. Da steht da jemand? Nee, das ist wieder so eine Statue, oder? Hey! Okay, okay. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir zu. Und wir gehen wir an. Was soll ich denn da vorne machen? Wie komme ich denn da hin? Warte mal, ich will mir... Alter! Okay. Kein Problem. Wir gehen da draußen. Und dann gehen wir da außen rum. Und da vorne wieder rein. Und dann sind wir bestimmt an dem Ding, oder? Was ist das? Ein Hammer. Mit Dolphy scannen. iPhone 9. Dolphy. Text to speech. Okay. 1. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. 2. Other people. Seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Betty? Some man with a mustache. 3. 3. That song. 4. The noises. Okay. 5. Misaligned chakras? Was she having visions too? Ah, das ist sie auch. AAH! I'm fine. Sandy's fine. Won't you come back and sleep with us, Richard? Oh ja, schlaf mit uns. Daddy. Daddy. Hell no. Die scheiß Tür ist zu. Okay. Das Spiel ist absolut. Gar kein Problem. Höre ich hier noch andere Schritte außer meines? Wie komme ich denn? Andere Dinger dran. Das ist in einem anderen Raum, ne? Was war das? Hier. Schloss öffnen. Okay, Dr. B. Was? Was interessiert dich genug zu nutzen, wie ein Schlosscode zu nutzen? Du musst etwas schlafen. Fuck. Ähm. Schlosscode. 20, 10. No. Schade. Okay. Lass uns schnüffeln. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. Wo müssen wir jetzt schnüffeln? Oh shit. Wo könnte ich denn jetzt den scheiß Code finden? Alter kann man hier nicht mal einfach mal das Licht anmachen? Abspielen, sonst kann ich hier nix machen, ok? Wo finde ich jetzt den scheiß Code? Okay, hier ist nichts, hier können wir uns wieder verstecken. Ok, wenn wir hier drin sind, ist es hell. Leuchtet die jetzt? Waren wir die angeklickt? Wo finden wir denn jetzt den Code? Oh shit. Okay, da hinten lang. Let's do some schnüffels. Okay, wir laufen hier wieder lang. Ich will nicht zu laut sein. Ich will nicht zu laut sein. Alles ist kein Problem. Wir sind... Ohhhh... Ich will diese Situation deutlich bemerken, bevor ich noch mehr wunderschöne Entscheidungen zu machen. Aber trotzdem... Sie braucht ihre Medizin und sie lasst ihre Pille auf ihren Tränen jedes Nacht. Okay. Sie versteht nicht, dass sie gut für sie selbst und für das Baby zu sein muss. Okay. Ich muss Dinge in meine eigenen Hände nehmen, für beide ihre Worte. Dinge in meine eigenen Hände? Das ist nicht Alpha Male oder was. Alpha Männchen, to shit! Okay, wir gehen mal hier hoch. Mal gucken, was hier oben ist. Okay, es geht hier, glaube ich, sehr hoch. Wir haben keinen Schall mehr, wenn wir laufen. Hey, ein Kinderbett! Okay. Mit Delphi-Scan. Mal gucken, was hier alles ist. Delphi. Text-to-Speech. Text-to-Speech. Okay. Erzähl mir. The only star I can really seem to hone in on is IC 2118. 2118. To be sure, but dot the stars are just strong here. The worst part is that Felicia agrees. Wo ich mir aufschreiben. I should try 2118 for that keycode. 2118. Okay, aufgeschrieben. Na, nicht so! The only star I can really seem to hone in on is IC 2118. A fave, to be sure, but dot the stars are just strong here. The worst part is that Felicia agrees. Felicia. Also hat er sie, hat er den Stern nach ihr benannt. Okay, wir gehen wieder runter. Du siehst einfach nur den Scheiß. Du siehst gar nichts. Da könnt ihr gleich einfach stumpf was vor dir stehen. Du rennst rein. Alter, der Sound, ne? Sleep with us, Danny. Sleep with us. Why is she always... Why? 242. ... Was hier der Schrank? Schloß öffnen. Just a shot in the dark. Aber ich frage mich, ob die Star, die den guten Doktor zu bezeichnen war, das wäre es. Was war es wieder? Oder wie... Nee, das kann ja nicht so vibrieren in den Blinden. Das macht keinen Sinn. Okay, lese. Shut the fuck up, Ducky. Ja. Dear Richard. Die Witcher. Ach. Aber kein Institut für Psycho-Dings? Der darf nicht mehr... Messages. What the... Messages. Michael. Hey there, Cass. I just got word, you're heading to Massachusetts. Unknown. Evan. Charles. Blocked ID. Charles. Hey. Keine Ahnung. Errungenschaft freigeschaltet. Snoop. Okay. Ähm. Wo müssen wir jetzt hin? Da vorne ist ja an der Tür. Ach. Müssen wir jetzt nach draußen in die andere Tür? Alter, das ist... Wenn du nicht... Ich kann nicht mehr rein gehen. Ich weiß... Meine Finger füllen die Schlüsse. Und manchmal... Ich bin ein bisschen langer... als vorher. Aber du kannst mich nicht... in diesem Haus... in diesem... ...Body... Ich will nicht mehr Pillen. Ich will auch keine Pillen. Lass mich in Ruhe. Halt die Fresse, bitte. Danke. Tschüss. Schlüssel benutzt. The Brain. Ähm. Spiel gespeichert. Hey! Alter, das Spiel, das macht einen fertig. Das macht einen komplett fertig. Ich... Schiff. Ähm. Taka, 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 taka. Okay. Abspielen. Okay. Es hat mich angewidert. Es hat mich angewidert. Es war nicht ihre Technik, die mir gebraucht hat, aber eher ihre Subjektivität. Was hat sie denn gemalt? Was hat sie denn gemalt, dass er so angewidert ist? Naja, lass mich aktivieren. Naja, lass mich aktivieren. Die Frage ist, wofür krabbelt jemand rum? Was hören wir eigentlich immer? April 2. Die Zeit haben wir. Die Patientin ist immer wieder entschuldigt und entschuldigt. Ein Teil von mir fragt, ob die drüben Geräusche, die rund um dieses Haus sind nicht nur Zeichen der Jahre. Ich bin überraschend von diesem Ort und von meiner eigenen Frau. Ich spende die ganze Zeit in der Turret, zu erzählen Felicia, ich arbeite und das Baby schaue. Ähm... In Realität, ich schweig. Was war das? Spielautomat! Shit! Das war heiß! Wo kam der Sound her? Den kenn ich! Was ist das schon wieder? Da war... mein Boy! Hier war doch grad wieder ein Geist! Alter... Was wieder in der HLMW auf? War du fucking me up? Why are you fucking me down? Ha 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 ha. Hört sich an wie alte Atari-Dinger. So F-Zero und alles sowas ganz altes. Okay, ich lass das, ist zu gruselig. Was für ein Attack? Keine Ahnung, Crucidro? Wtf? Wtf? Hier ist der Tür. Hey! Okay. Hallo? Okay, hier ist wieder was, check das ab. Okay. Okay. Ah, hat er die Leute irgendwie behandelt und da ist was schiefgegangen? Und jetzt wollt ihr alle Rache? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Warte mal, lass mal im... Hier war auch eine Tür, oder? Nein, hier war keine Tür. Okay. Ich hab schon wieder irgendwelche Schritte. Okay, wir sind wieder hier. Ja, absolut kein Problem. Wir laufen wieder... Nein, wir laufen nicht zurück. Okay, Mati. Okay, Mati. Wir müssen... Hier an der Seite war, glaub ich, eine Treppe, oder? Ja! Oh mein Gott! Ja! Was war das? Ein... Ok.